Doch halt mir ein Witz in! Unterhalte sich drei Männer, wie dumm ihre Frau sind, sagt der Erste, du, meine Frau, die ist so dumm, die hat zehn Kilo Waschmittel, Kf. Wir haben gar keine Waschmaschinen, sagt der Andere, das ist noch gar nichts. Meine Frau hat die Kfz-Versicherung für 2010 bezahlt, wir haben gar kein Auto, sagt der Dritte, überhaupt nichts, meine Frau ist am Dummste, die hat 50 Kondome-Kar für den Urlaub auf Mallorca und ich fahr gar nicht mit. Die Kfz-Versicherung Die Kfz-Versicherung Die Kfz-Versicherung Die Kfz-Versicherung Herr Buchner ist bei uns, der ist nämlich Tierpfleger hier im Saarbrücker Zoo. Herr Buchner, erzählen Sie mal ein bisschen was von der bezaubernden Tierwelt Afrikas, die unsere Gewinner ja sehen. Die fliegen nach Kenia, eine Luxusreise. Was müssen die da machen? Also erst einmal muss man Afrika genießen. Das Land auf sich zukommen lassen und dann natürlich die Steppen, die schönen Tiere genießen. Also wenn die Giraffen frei durchlaufen durch die Steppe, das ist einzigartig. Das ist auch irgendwas fürs Herz und fürs Leben. Das wird es den Menschen selber zeichnen, der das gewinnt. Die Kfz-Versicherung Die Kfz-Versicherung Die Kfz-Versicherung